Diese Woche in Berlin Tanz, das zehnjährige Jubiläum von Tanzzeit, einem Projekt, das sich für die Einführung von Tanz als Unterrichtsfach in den Schulen engagiert. Die Vorbereitungen der Young Performers an der Stage Factory auf die Aufführung ihres neuen Musicals und der Besuch von zehn Tanzstudenten aus den USA mit selbst choreografierten Stücken in den Ufer Studios. Berlin tanzt am kommenden Samstag um 16.45 Uhr, 20.45 Uhr und 23.45 Uhr sowie am Sonntag um 21.45 Uhr und 23.30 Uhr auf TV Berlin. Einschalten und genießen!